Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und Taylor Swift-Freund Travis Kelsey haben erneut den Super Bowl gewonnen und als erstes NFL-Team seit 19 Jahren den Titel erfolgreich verteidigt. Gegen die San Francisco 49ers setzte sich die Football-Mannschaft am Sonntag in Las Vegas nach der ersten zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls, einer am Ende hochspannenden Partie mit 25 zu 22 durch. Die Chiefs treten dabei wie bei den Siegen im vergangenen Jahr gegen die Philadelphia Eagles und vor vier Jahren ebenfalls gegen die 49ers einen 10-Punkte-Rückstand und zeigten spät ihre Qualität. Für Mahomes, Kelsey und Trainer Andy Reid sowie einige weitere Mitspieler war es der dritte Super Bowl-Sieg binnen fünf Jahren. Die 49ers verpassten dagegen den sechsten Triumph. Diesen Rekord halten weiter die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers. Mahomes zweiter Touchdown zu McCall Hartman entschied die Partie. Mahomes hatte am Ende 333 Yards nach Pässen. Kelsey absolvierte eine schwache erste Halbzeit und kam zum Schluss dennoch auf 93 Yards. Purdy beendete die Partie mit 255 Yards nach Pässen. 49ers-Profi Juan Jennings gelang in der Glücksspiel-Metropole. In der Wüste von Nevada sowohl ein Touchdown-Pass wie auch ein selbst gefangener Touchdown. Mahomes wurde in der Folge zum dritten Mal zum wertvollsten Spieler eines Super Bowls gewählt. Bei allen drei Super Bowl-Siegen der Chiefs in den vergangenen fünf Jahren wurde der Quarterback auch zum MVP gewählt. Nur Tom Brady hat mit fünf Auszeichnungen als wertvollster Spieler mehr als Mahomes.